Und herzlich willkommen zurück zu Duang Quest. Ach, die Reise des verwunschenen Königs. Ja, ich wollte mir jetzt den Weg suchen. Und wir stehen hier. Ja, da konnten wir nicht lang. Da ging es ja da lang. Das hatten wir ja schon. Oh, so wird auch ein Teufelsgas bei ihr. Ja, das ist zu hart. Machen wir Kreisjäger hier. Machen wir das so. Machen wir so. Oh, ne. Machen wir so. Und so. Er sollte doch viel Schaden machen. Ja, da haben wir wenigstens alle getroffen. Huh, Glück gehabt. Nein. Ah. Oh mein Gott. Ja, der darf gleich wieder zweimal greifen, oder? Er greift zweimal, ja. Sind doch schon umgefallen. So, das ist eine schreckige Kombination. Oh, noch heilen. Alles weg. Was wir getan haben. Äh. Oh, das ist nochmal so. So, obwohl wir können vielleicht Kaboom machen. Nee. Komm, wir machen mal so. Nein, jetzt haut wieder Stuhl ab. Oh, Alter, geht ihr mir mit dem scheiß Tanz auf den Sack? Nee. Da kann man auch nichts dran gegen machen. Ja, greif an, lieber. Tschüss. Schade. Kreisfeger. Kreisfeger. So, nochmal. Nochmal hier. Und nochmal eine Vollheilung auf Flash. Och, komm, verschwind doch. Boah. Alter. Muss das so nervig sein? Gerade mit denen, ey. Das ist... Weißt du, kommt man gerade so in die neue Folge rein. Da gibt es gar nicht so ein... beschissenes Match. Total unfair. Ja. dann stehen sie schon wieder alle jetzt konzentriert in den griff damit keiner auf dem keks geht so weg ich habe die gleiche ist nicht wahr total herviert das match und er reißt jetzt noch mal alle um oder so ich wollte doch einfach nur den ersten kommen platt machen danke also damit der nächste schon mal nicht mehr auf den keks geht ja genau bleib du mal bewundert stirb aber hoffentlich komm stirb auch da gehst du mir auch nicht auf den keks sicherlich kostet ja kostet auch drei naja so ne ich glaube ich worgen und saraphaen fein der seraphaen ich hau das fiech gleich tschüss danke auch noch eine truhe eine kurze hose super brauchen wir auch dringend wir gehen einfach ich würde sagen wir gehen einfach weiter und ich habe bestimmt irgendwas übersehen tschüss sicherlich nicht da die beiden sind schon heftig sind die drei er macht der verzweiflungsschlag und wenn die anderen sich konzentrieren ist auch nicht ohne na gut konzentriert alles ein dann sollte man gleich die runde sollten jetzt kaputt gehen glaube ich shit das ging auch so hin ich dachte die machen der macht ein bisschen mehr schon aber anscheinend doch nicht hält aber viel aus was aber vielleicht gleich weg geht dann also wenn wir wieder mehr erfahrung müssen aber gleich auch wieder steigen im level so ich tippe mal da oben ging es nicht weiter und hier kannst du weitergehen hier bin ich voll von lang gegangen ok streit an der rote kriegen wir eigentlich schärft wie finde ich glaube da links bis verlangen jengles kann solch was abziehen erhält eigentlich viel mehr aus als ich doch einen guten angriff haben jetzt müsst ihr auch mal heilen danke ah hier können wir sogar lang aha wie geil wir kommen weiter oh ne kiste ne kiste 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 das gebiet gebiet stein ne gelehrten stein ok macht was ok dann machen wir transfer nach jengis ja machen wir nach jengis muss ich mal glatt sagen kralle 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 machen wir so 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 und so weil durch doch durch den letzten bogen kriegen wir doch viel mehr schaden in den rein haben wir eigentlich ziemlich die letzten sachen an ein bisschen müssen wir noch kaufen aber mal gucken wie weit wir noch kommen da danke nummer eins nummer zwei angriff 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 zack oh ja war auch schon tot ok nice 1000 ok vielleicht kommen wir hier später lang schauen wir mal schnell um da lang da geht es lieber weiter ah jetzt weiß ich wo wir sind oh es ist eigentlich fertig hm hm und ich kann es nicht benutzen ah hier ist der hebel endlich 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 haben wir es so weit ne ich will auf jeden fall wissen was ich bekommen habe tschüss landen wir mal irgendwo gerade mal eben hier keine ahnung wo ich jetzt hier bin ach hier sind wir äh und ich nein nicht monster team naja das war zu schnell chemiekisse das ist eigentlich fertig gold tira so jetzt können wir nämlich eigentlich das bekommen haben ich muss mich gegen zahlreiche verleiht ok transferieren jessica kann es anziehen sauber mach mal so ja haben wir das schon mal angezogen jetzt haben wir nichts besonderes ne äh ok das wiederbeleben das wäre auch super irgendwo reinzupacken hat hänger ein inventar voll ja eher ne das könnte ich denn mal hier rauspacken baumens das könnte ich eigentlich transferieren und hier hinpacken das brauche ich erstmal hier nicht diebeschlüssel öffnet jede schatztruhe und äh jede tür und das ist halt öffnet die meisten ok das brauche ich auch nicht mehr hier das ist das schon mal gut ich würde noch äh mal eben eine teleportation zum wieder hier zur kirchermeer mal eben gucken was sie ab ja ja dann das 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 ja